Hallo, ich bin Jasmin von Stempel noch mal. Heute gibt es nichts Kreatives, naja, schon, aber nichts Gebasteltes. Ich möchte euch heute den neuen Stempel-Up-Hauptkatalog vorstellen. Der ist ab heute, ab dem 1.6.2018 gültig. Und bisher durfte ich ihn ja immer noch nicht aufmachen, aber jetzt darf ich es. Und ich sehe gerade, dass das ein bisschen blendet, aber das ist wahrscheinlich nur das Cover, weil das so ein bisschen beschichtet ist. Ja, das ist er. Ich mache das so wie jedes Jahr, also ich habe das ja jetzt schon oft gemacht und möchte einfach mal mit euch diesen Katalog durchblättern, so ein paar häufig gestellte Fragen oder Probleme erklären. So ein bisschen was zu meinen Lieblingen erzählen, so ein paar Sachen erwähnen, die manchmal übersehen werden und, und, und. Und vielleicht zeige ich euch auch was, Produkte, die ich besonders erwähnenswert finde. Mal gucken. Ich habe nichts vorbereitet. Ich hoffe, ich kann mir alles merken und das wird jetzt jetzt so ein Durcheinander. Viele von euch haben den schon per Post gekriegt. Wer noch keinen hat oder auch noch keine Demo hat, kann sich gerne bei mir melden. Und genauso, wer auch diesen Katalog nicht mehr von mir möchte, der kann sich genauso gut melden. Also schweigt das nicht hin, sondern schreibt mir, ruft mich an, sagt einfach, ich möchte keinen Katalog mehr. Dann landet da nicht im Müll, weil das ist schade. Ja, so viel dazu. Ich mache ihn einfach mal auf. Und er startet wie immer mit den gleichen Sachen. Hier werden die Acrylblöcke und die verschiedenen Stempel und so erklärt. Und hier vorne sind die ganzen Farben. Ich habe euch ja schon mal ein Farbvideo gemacht. Da hat sich ja jetzt im Hauptkatalog einiges geändert. Es sind Farben rausgegangen, Farben neu dazugekommen. Natürlich gibt es auch wieder die neuen In-Color-Farben. Aber die habe ich euch alle schon gezeigt. Das brauche ich heute nicht mehr machen. Ich blätter jetzt einfach mal durch. Also hier vorne fangen wir an mit den Produktpaketen. Beziehungsweise mit den Kartensets. Nicht mit den Produktpaketen. Das sind immer von Stampin' Up so vorgegebene Sets. Wo auch immer schon ein Stempelset mit bei ist. Was es dann halt auch nur in diesem Kartenset hier gibt. Und mit dem Set kann man dann immer die abgebildeten Karten machen. Und meistens gibt es auch ein Nachfüll-Set. Ja, ein Nachfüll-Kartenset. Da bekommt ihr dann nochmal alles, was ihr braucht. Um mit dem Stempelset nochmal eine bestimmte Anzahl an Karten zu machen. Also da gibt es einmal das hier. Das heißt, liebes Dankeschön. Dann gibt es die beiden, die gab es ja schon. Die sind jetzt nicht neu. Das hier ist noch neu. Mit diesen schönen großen Wörtern. Also danke, alles Gute. Hallo für dich. Du bist wirklich toll. Da seht ihr mal, wie groß die wirklich sind. Das Danke ist jetzt hier in Originalgröße abgebildet. Normalerweise sind alle Stempel in Originalgröße abgebildet. Außer es steht mal dabei, wie hier. Dann passt das eben nicht auf die Seite. Und so groß sind die wirklich. So, dann gibt es auch wieder einen Planer. Ich finde die ja immer wunderschön, aber ich bin einfach kein Planer-Mensch. Ich vergesse das da einzutragen. Für mich ist das dann eher sowas wie ein Geburtstagskalender. Dann geht es los mit dem ersten Produktpaket. Da könnt ihr immer gleich an diesem Kasten hier erkennen, dass es das als Produktpaket gibt. Das heißt, ihr könnt die Framelits formen und das Stempelset im Paket kaufen. Und dann ist es immer 10% günstiger. Ihr könnt das natürlich auch alles einzeln kaufen. Aber da müsst ihr dann halt immer auf die Bestellnummer achten. Die Bestellnummer für das Paket steht immer hier in dem Kasten. Und die Nummern für die einzelnen Sachen ist jeweils hier und dann hier bei den Framelits. Ja, das heißt, T-Stunde finde ich schon mal sehr schön. Dann auch hier, hier ist wieder das Produktpaket abgebildet. Das habe ich auch schon. Das ist auch total schön. Aber ich wurschtel jetzt nicht alles raus. Das dauert zu lange. Dann müsst ihr auch darauf achten. Hier gibt es übrigens neue Formen für die Stanze aus dem Frühlingskatalog. Das war ja im Frühlingskatalog so ein Männer-Set. Und jetzt gibt es hier nochmal andere Formen. Ihr müsst darauf achten, ob ihr Holz klarsicht oder transparent wollt. Ich gucke mal, wenn ich ein Set finde, wo es auch Holz gibt. Hier, das hier. Und zwar, ich sage es immer im Video, aber ich mache es auch immer wieder selber falsch. Deswegen sage ich es immer wieder weiter. Die erste Nummer, dieses Set gibt es mit Holzblöcken. Die erste Nummer, die hier steht, sind die Holzblöcken. Die zweite Nummer ist dann das Set für transparente Blöcke. Also da müsst ihr drauf achten. Wenn ihr das über mich bestellt, also wenn ihr mir die Bestellung per E-Mail schickt oder mich anruft, dann achte ich da meistens drauf, weil 98% meiner Kunden kein Holz wollen und das dann immer versehen ist. Aber wenn ihr selbst über meinen Online-Shop bestellt, dann habe ich natürlich keinen Einfluss da drauf. Und dann hat man auch schnell mal was falsch bestellt. So. Hier ist auch total süß mit so einer kleinen, ist es eine Ducke? Ich weiß es nicht. Wild auf Grüße. Da gibt es jetzt hier, das habe ich auch noch nicht, das gibt es so nicht. Also ich konnte es bisher noch nicht bestellen als Vororder. So ein Blätterband. Da bin ich schon gespannt drauf. Seht ihr so alles? Hier sind die Schweinchen, die gab es schon. Hier gibt es eine neue Handstanze und da ist das passende Set zu. Und wo ich mich schon sehr drauf freue, weil ich liebe diese Pillowboxen, sind hier diese Framelits. Da kann man dann noch so entweder hier ein Herz oder hier so eine Bordüre oder halt so ein rundes Teil. Kann man denen jeweils einen anderen Kopf geben. So nenne ich es jetzt mal. Es gibt auch was für Ostern, Hasengrüße heißt es. Das wird ja immer so ein bisschen vermisst. Dann gibt es hier diese Trio-Stanze, die habe ich euch auch schon gezeigt. Die kann drei verschiedene Ecken stanzen. Hier haben wir ein echt großes Haus als Framelits hier unten. Das ist jetzt auch Premiere, dass es sowas hier gibt. Und zwar ist das eine Stanze, ein Stempelset. Hier diese beiden kleinen Stempelkissen und ein Acrylblock. Das gibt es alles in dieser total schönen goldblauen Dose. Und man kann es aber nur in diesem Set bestellen. Die Stanze gucke ich gleich nochmal. Aber ich meine, die gibt es auch nicht einzeln. Aber da will ich jetzt nicht gucken, gleich mal. Ich meine, so wäre es gewesen. Die gibt es tatsächlich hier hinten. Das ist auch nochmal abgebildet, nur in diesem Paket. Und da hat man dann halt dieses coole Set bei. Blümchen, klitzekleine Größe. Das ist auch so ein bisschen was für ein Ersatz für kleine Wünsche. Wer sowas noch nicht hat. Das gab es schon alles. Dann hier eine neue, ich, ja, es könnte schon eine Männerserie sein. Es ist jetzt so ein bisschen auf Reisen abgestimmt. Aber das ist Papier und die Farben sind schon auch sehr männlich. Total hübsch hier ein Traumfänger oder hier diese großen Wörter. Das gab es auch schon alles. Das ist auch interessant. Und das ist auch von einer, die die Millionen geschafft hat. In einer Demo. Das gab es auch schon alles. Das ist das neue Grapefruit. Ich liebe diese Farbe. So, und das ist so mein heimlicher Favorit. Aber einfach nur, weil ich die Farbkombi so cool finde. Ich finde dann nicht mal die Framelits am schönsten. Da gibt es sicherlich schönere. Aber das Papier und dieses Schwarz mit Pink, das ist total mein. Gefällt mir richtig gut. Das ist auch interessant. Das sind vier so große Stempel, die dann eben das Wort abstempeln und im Wort ist immer noch so ein Hintergrund eingebaut. Was ich immer ein bisschen schade finde, aber das lässt sich wahrscheinlich aus Platzgründen nicht anders machen, dass die Framelits hier immer total winzig abgebildet sind. Aber die könnt ihr hinten im Katalog immer noch mal größer anschauen. Oder was ihr auch machen könnt, ihr könnt die Artikelnummer einfach mal bei mir im Online-Shop eingeben. Und dann könnt ihr da das Bild ein bisschen größer euch angucken. Das ist auch mein Favorit somit. Also da gibt es auch hier eine schöne Handstanze mit einem Mond und Sterne. Und das Papier ist total hübsch. Und Paletten, Funkelsterne selbstklebend. Ja, das erinnert einen schon erstmal so an ein Baby, aber das ist mit Sicherheit nicht alles, was man damit machen kann. Das hier ist auch nochmal ein neues Babyset. Die Füchse wurden übernommen. Und hier ist auch total süß so ein Haus und ein Spielplatz oder ein Baum und eine Schaukel. Kids only. Das ist auch neu, auch ein neues Babyset. Und hier, total süß, der Elefant. Da gibt es auch eine Handstanze für. Dann kann man den großen und den kleinen Elefanten ausstanzen. So, hier ist so ein kleiner Einblick in Weihnachten. Also es gibt ja wieder wie jedes Jahr im Herbst den Weihnachtskatalog Herbst-Winter. Da sind dann alle anderen Sachen drin. Hier sind jetzt nur so fünf, sechs Artikel. Der Herbst-Winter-Katalog ist dann wieder voll von dem Thema. Aber das Papier ist auch schon wunderschön hier unten. Die Sachen gab es schon. Da ist, glaube ich, auch nichts neu. Das hier ist neu. Das gab es auch schon alles. Ja. Das ist auch eine total schöne Serie. Blütenzauber nennt sich die. Die hat so ein verspielt romantisches Papier hier unten. Und auch echt total schöne Framelits. Und es gibt auch ein paar Stempel, die so einen, ich weiß jetzt nicht, wie man diesen Effekt hat, aber das gab es in der Celebration ja auch schon, dass das so ein bisschen aussieht wie ein Foto, so 3D-mäßig. Also der Stempel, ähm, stempelt die Tinte an unterschiedlichen Stellen unterschiedlich dick ab. So kann man es, glaube ich, gut beschreiben. Und dadurch gibt es so ein, so ein 3D-Effekt, wie kann man das so nennen. Da gibt es einige im Katalog von. Muss ich mal drauf achten, ob ich noch einen sehe. Das ist auch total cool. Da gibt es nämlich Puzzle-Framelits. Einmal kann man hier die Teile ausstanzen und dann hat man hier so ein größeres Puzzlestück. Das ist, na, das ist neu, das gab es schon. Und jetzt hier mein Favorit. Also ich würde es auch schön finden, wenn es jetzt nicht gerade im Trend ist, aber man sieht es ja in allen Geschäften. Diese großen Palmenblätter hier und überall kann man Deko und Accessoires mit diesen Mustern kaufen. Und auch das Papier finde ich total schön. Da achtet aber drauf, das ist 15x15. Also das ist kein großes Designerpapier, sondern der bekommt ja diese kleinere Packung. Und hier die Framelits auch voll cool. Alle Blätter kann man ausstanzen und man kann hier so ein aneinanderhängendes Blättergewusel ausstanzen. Aber die Farben und alles gefällt mir richtig gut. Das ist auf jeden Fall, kommt es in meine erste Bestellung. Da freue ich mich schon drauf. Das habe ich euch ja beim letzten Mal vorgestellt, den schönen neuen Schmetterling. Und hier auch voll cool mal wieder so nur Hintergründe. Das ist auch total genial für Anfänger. Da hat man im Nu schon irgendeinen Kartenhintergrund gezaubert. Hier ist auch nochmal mit Stil, heißt ja das andere Set. Und hier ist auch nochmal so eine ähnlich gezeichnete Frau. Die Sonnenblumen werden übernommen, da freuen sich mit Sicherheit einige. Und auch hier der Flamingo, da habe ich auch letztens im ersten Video mitgemacht. Und auch eine meiner Lieblingsreihen ist das hier, das habe ich euch schon vorgestellt, da habe ich auch schon mit gebastelt. Kraft der Natur, das ist auch mega hübsch. Und auch das Designerpapier gefällt mir voll gut. Es ist zwar so ein bisschen herbstlich angehaucht, aber das ist so schön, das kann man das ganze Jahr übernehmen. Ach, hier ist nochmal so ein Stempel. Distinctive, wie auch immer man das ausspricht. Das ist extra markiert, muss da mal drauf achten. Das sind diese Stempel mit dem besonderen Effekt. Hier unten auch nochmal. Der Katalog ist so groß, ich kann das immer gar nicht hier reinhalten in die Kamera. Tintenfisch habe ich euch auch schon gezeigt. Und das ist auch nochmal so ein Set damit. Hier auch Vollkohl-Hintergründe. Jetzt ein Feli rein. Hier unten, das ist, das zeige ich euch vielleicht nochmal, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich es überhaupt schon mal gezeigt habe. Das ist Pergamentpapier. Ich habe es nämlich gerade hier liegen, das erkennt man schlecht im Katalog. Das ist Pergamentpapier und das lässt sich mit unseren Stempelblends wunderbar anmalen, kolorieren, aber man kann es auch prima so verwenden. Also so sieht es aus. Och Feli, ich kann jetzt nicht. Hier gibt es auch Framelits, die so eine Aufklappkarte machen, wo man dann hier die Blüte als Verschluss nutzt. Das Apfel ist ja auch cool, habe ich noch gar nicht gesehen. Also man kann den Katalog sich so oft durchgucken, man findet immer wieder was Neues. Hier Handwritten, das ist auch ein total schöner neuer Hintergrundstempel. Hier sind die großen Buchstaben, die ich euch schon gezeigt habe. Da ist das geteilte Leidenschaft, das konntet ihr als Kunden ja jetzt auch schon im Mai bestellen. So, und dann lege ich ihn mal hin. Mal gucken, ob das so klappt, denn jetzt geht es mit den Accessoires und den neuen Farben los. Ich muss ihn doch klappen, sonst sieht man es nicht. Wer Interesse hat an allen neuen Farben, für den gibt es hier unten immer diese komplett zusammengestellten Pakete. Also da muss man nicht alle Stempelkissen oder Marker sich einzeln aufschreiben. Dann hätte man ja tausend Artikelnummern. Also hier gibt es einmal das Set mit allen neuen Stempelkissen, allen neuen Markern und dem neuen Farbkarton. Entschuldigung. Hier sind die Incolor. Hier sind die normalen Farben und hier unten drunter ist immer abgebildet, was es von den Farben jeweils gibt. Farbkarton A4, Farbkarton 12x12 Inch. Dann gibt es Designerpapier, das ist nicht zu vergessen. Das ist jetzt leider hier nicht abgebildet, aber das kann man sich hier anschauen. Man sieht es hier unten noch. Das gibt es dann in den jeweiligen Farbfamilien. Das ist einfach Punkte, Streifen, groß und klein. So ein schlichtes, neutrales Papier, das kann man immer gut mit irgendwas anderem kombinieren. Dann gibt es natürlich auch alle Stempelkissen hier in den jeweiligen Farbfamilien als Set. Es gibt zum Glück wieder die Nachfülltinten im Set. Es gibt die Marker, aber hier Marker in Jade und Kusrot. Kusrot, das ist ein Doppelpack. Und dann gibt es die Marker nochmal komplett. Es gibt aber die Marker nicht einzeln. So, das war's. Hier geht's weiter mit dem Designerpapier. Da ist jeweils immer auch gleich schon eine farblich passende Packung Farbpapier mit, äh, Farbkarton mit dabei. Und hier dieses lasergeschnittene Papier, das habe ich euch auch schon gezeigt. Wer das alles noch nicht gesehen hat, ich habe mal ein Video von meiner Vororder gemacht. Da habe ich euch das gezeigt. Ja, hier sind dann wieder die kleinen Papiere. Alle Papiere auf der Seite sind 15x15. So, und das ist immer so, die Accessoires sind immer, wenn wir einen neuen Katalog bekommen, ähm, auf dem Onstage-Event, dann fange ich immer von hinten an, weil das interessiert mich immer am allermeisten. Also, es gibt neue Zierdeckchen im Bund und in Weiß. Es gibt hier T-Dosen in Kupfer. Die sind auch hier vorne bei diesem T-Stunde. Da passt das dann zu. Da kann man dann wunderbar, oh, guck mal, wie schön die T-Dose da. Wunderbar Tee oder irgendwas mit verschenken. Hier ist dann nochmal der, ähm, Farbkarton in, ähm, Vanille und Flüsterweiß in extra stark. Und in den beiden Farben auch in groß. Es gibt leider den schwarzen nicht mehr in groß. Und hier vorne ist Weiß, Vanille und Schwarz in A4. Und den Stampin' Right Marker in schwarz gibt es hier auch einzeln. Also das ist jetzt da. Klarsichtfolie, Pergamentpapier, Glitzerpapier. Da gibt es Sternenschimmer ist jetzt neu. Oder rosa. Ich weiß jetzt gar nicht. Rot gibt es auf jeden Fall nicht mehr. Ich habe einen Frosch im Hals, tut mir leid. Hier sind die Tüten, die es alle gibt. Und neu sind jetzt sandfarbene Kissenschachteln. Das finde ich sehr gut. Und hier diese, ich habe sie gerade hier. Diese Täschchen hier, die man so selber zusammenbauen kann, gibt es jetzt auch in Schimmerweiß. Das sind neue Umschläge und Karten, die habe ich euch auch schon gezeigt. Hier ist jetzt nichts neu. Hier sind alle Accessoires. Und wir haben gedacht, wo sind die Straßsteine? Aber ihr müsst mal gucken. Die Perlen und die normalen Straßsteine sind hier unten mit abgebildet. Da sind jetzt nur der Straßenschmuck in Rot, weil der ist neu. Der ist jetzt hier abgebildet. Aber es gibt hier unten noch den normalen Straßenschmuck und auch die ganz normalen Perlen. Die stehen hier unten drunter. Alles andere, bis auf das, das gab es schon, ist neu. Also hier mit Glitzer-Effekt, Sternchen, Metallic-Perlen in Gold und Silber. Hier diese kleinen bunten und die Sterne aus der Baby-Serie. Also das ist alles neu. Dann gibt es auch neue selbstklebende Paletten. Die gab es ja schon im Frühlingskatalog in so knalligen Farben. Es gibt neue Sticker in Kupfer. Bisher gab es die immer. Nein, das sind so. Ach nee, doch. Nein, doch. Bisher gab es die immer in Gold. Aber die neuen sind jetzt in Kupfer. Ach, lineal. Geh doch weg. So. Dann gibt es endlich mal wieder so kleine Klammern. Breads mit teilweise so einer Knopfoptik. Dann kleine Metallkerzen. Diese Blätter aus der schönen... Wie heißt das nochmal? Ich weiß es nicht. Also das mit den Blättern und dem Baum, ne? Der schönen Serie. Dann hier Blüten, Paletten und so Streumaterial. Blumenknöpfe in Color. Dann hier so Knöpfe in so Diamantenform. Nochmal neue Holzelemente. Das gab's, die gab's, die gab's, die gab's, das gab's schon. Washi Tape. Die Klammern sind neu. Die goldenen wurden übernommen. Und die Bänder sind so gut wie alle neu. Außer natürlich Leinenfaden und sowas. Und da ist auch dieses Blätterband, wo ich schon so gespannt drauf bin. Ja, dann sind wir hier bei den anderen Accessoires. Da gibt es jetzt neu Präkepulver in den In-Colors. Finde ich auch sehr cool. Und dann halt die normalen Pulver neu dazugekommen ist schwarz. Die Pasten gab's schon. Es gibt jetzt wieder die Stason-Tinte. Und es gibt ein Stempelkissen, was man sich selbst befüllen kann. Das hat dann so mehrere Spots. Da kann ich aber noch nichts zu sagen. Das habe ich noch nicht getestet. Beziehungsweise konnte ich es noch nicht bestellen. Das sind alles alte Sachen. Also, das heißt alte, aber... Hier sind die Stampin' Blends. Die sind jetzt am Katalogstart noch nicht. Bestellbar. Laut Stampin' Up so Mitte Juni. Aber da will ich jetzt nichts genaueres sagen. Das weiß ich nicht. Es sind Farben dazugekommen. Jede Menge. Also, ich glaube eigentlich alle neun. Wenn ich das hier so sehe. Ja. Da müsst ihr mal gucken. Da könnt ihr hier die Stifte alle einzeln bestellen. Und es gibt hier auch ein paar Kombinationen, die man gleich als Pärchen kaufen kann. So, dann gibt es hier, habe ich euch im letzten Video gezeigt, diesen Reinigungsprofi, wo ich ja total begeistert vom Ben. Das kann ich euch nur ins Herz legen. Jetzt ist er hart. Also, so sieht er aus, wenn er hart ist, wenn er ausgetrocknet ist. Jetzt müsste ich ihn einfach wieder unter fließendes Wasser halten und mal ausfringen. Dann würde die Farbe teilweise sich wieder auswaschen. Und dann kann ich mir wieder hier reinmachen. Und dann ist er feucht für meine Stempel zum Saubermachen. Da bin ich total in Love mit. Also, das kann ich euch nur empfehlen. Ja. Hier sind auch wieder die Stempelboxen. Beim letzten Mal wurden sie ja vergessen, in den Katalog zu drucken. Also, die gibt es immer noch. Die sind permanent, waren jetzt bisher auch bestellbar. Hier sind so Sachen wie das karierte Papier, was ich hier immer liegen habe. Der Stemperatus, da freuen sich schon viele drauf. Und viele haben den schon vorgeordert bei mir. Ja, da habe ich euch schon ein Video dazu gezeigt. Hier unten gibt es übrigens auch die Magnete als Ersatz. Seid wirklich vorsichtig mit denen. Das sind sehr gute Magnete vom Material her. Die sind sehr dünn. Und umso dünner, umso zerbrechlicher sind Magnete. Das hat also nichts damit zu tun, dass das schlechtes Material oder sonst was ist. Im Gegenteil, legt die nicht zu nah aneinander. Wenn die sich berühren, flippen die zusammen und zerbrechen in tausend Teile. Also, ich habe mir mittlerweile angewöhnt, immer nur einen zu verwenden. Oder zumindest nur einen irgendwo auf meine Arbeitsplatte zu legen. Und einer bleibt immer hier irgendwo dran. Weil man träumt, man spricht mit jemandem oder man telefoniert oder was auch immer. Und man ist abgelenkt und platsch im Nu. Ist es passiert und sie gehen kaputt. Aber für diesen Fall hat Stampin' Up extra hier unten diese Ersatzmagnete zum Kauf noch angeboten. Das finde ich sehr gut. Ja, hier die Standardsachen, Papierschneider, Falzbretter. Und hier, wie gesagt, nochmal diese Stanze, die es nur in dieser Box gibt. Neue Handstanzen sind hier erstmal der Mond und die Sterne. Hier oben diese Drei-Ecken-Stanze. Und hier unten die Blüte. Da gibt es auch ein Stempelset dazu. Neu ist hier die Vase und die Elefanten und das kleine Häschen. Kleber ist alles so geblieben, außer, dass der Fast-Fuse leider raus ist. Aber ich werde ihn jetzt in meinen Videos trotzdem weiterverwenden. Ich versuche ja immer aktuell zu sein mit dem, was ich benutze. Aber ich habe so viele Nachfüller von dem, dass ich das jetzt erstmal aufbrauchen werde. Ja, hier hinten geht es weiter mit den Framelits, Sinlits, wie sie alle heißen. Hier ist auch diesmal so ein bisschen was farblich markiert. Und zwar, alles was grau markiert ist, funktioniert komplett mit den normalen Platten. Alles was hier so hellgrün markiert ist, das ist ein bisschen detailreicher. Und da ist die Präzisionsplatte zu empfehlen. Und alles was hier in dem Farbton markiert ist, das haben wir dann da oder da oder da, das prägt. Also diese Formen prägen. Das finde ich sehr hilfreich, gerade für jemanden, der startet und sich da überhaupt noch nicht so mit auskennt. Also hier ist alles so ein bisschen markiert, damit ihr wisst, was die Formen machen. So, hier neu gibt es eine Prägeunterlage, damit könnt ihr mit den ganz normalen Formen in euer Papier prägen. Da muss man dann so ein bestimmtes Sandwich aufbauen. Wenn ich das komplett verstanden habe, dann werde ich euch davon mal ein Video machen. Ich habe es bisher erst einmal ausprobiert. So, und dann gibt es ganz viele neue Prägeformen, da war ich ja echt platt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht neue. Hier ist es auch wieder farblich unterschiedlich. Alle hellen sind diese tiefen Prägeformen. Da braucht ihr dann immer nur eine Acrylplatte. Und die machen ein tieferes Muster ins Papier. Und alle dunkleren sind die normalen. So, dann sind wir durch mit dem normalen Katalog. Es gibt immer die Möglichkeit, dass ihr auch selbst Demonstratorin werden könnt. Dazu gibt es hier das Einsteigerangebot. Ihr könnt bei Stampin' Up einsteigen. Und müsst 129 Euro ausgeben. Bekommt Material für 175 Euro. Das ist halt dieses normale Einsteigerangebot. Und ihr könnt Shopping-Vorteile nutzen. Als Kunden oder auch als Demo. Und da ist immer hier die Tabelle. Also wenn ihr bei 200 Euro fangen die an. Wenn ihr für 200 Euro bei mir bestellt, dann bekommt ihr 10% Shopping-Vorteil. Und das sind bei 200 Euro 20 Euro. Also könnt ihr euch für 20 Euro dann noch zusätzlich was aussuchen. Wenn es bei 550 Euro endet, dann bekommt ihr schon 14% und einen halben Artikel. Das staffelt sich immer so ein bisschen, je nachdem auf welchen Betrag man kommt. Und wenn ihr Freibetrag habt, dann könnt ihr alles aus dem kompletten Katalog bestellen. Aber auch hier hinten die Gastgeberin setzt. Und die gibt es nur für den Freibetrag. Die kann man nicht normal kaufen, sondern man kann nur den Freibetrag dafür ausgeben. Der Preis steht immer vorne und der Wert steht immer dahinter in Klammern. Also das Set kostet 16 Euro von eurem Freibetrag. Hat aber einen Wert von 27 Euro. Also die sind alle vergünstigt. Und wie gesagt, sind nur für den Freibetrag zu bekommen. Da sind diesmal auch wirklich echt schöne dabei. Hier Blümchen und hier so ein bisschen Vintage. Ein Erdbeerstrauch. Hier, das ist die Frau. Also wer so ein bisschen die Blogs von uns Demos durchstöbert und auch bei Facebook guckt, der hat das bestimmt schon gesehen. Da haben schon ganz viele mit gebastelt. Und hier ist so ein kleiner Topf mit Gewürzen. Hier oben sieht man es. Hier ein Schwan und Vögelchen in so einem Origami-Style. Auch witzig. Und das war's. Inhaltsverzeichnet. Hier sind auch nochmal alle Stempel mit Motiven. Und hier sind nochmal diese Distinctive Distinctive. Ich kann es nicht aussprechen. Diese besonderen Stempel, die ich euch schon im Katalog gezeigt habe. Ja, das war's. 30 Minuten gequatscht. Ich hoffe, euch hilft dieser Einblick. Solltet ihr trotzdem noch irgendwie Fragen haben, könnt ihr euch gerne bei mir melden. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem tollen Katalog. Vielleicht habt ihr ja Lust, mir zu schreiben, was euer Favorit ist. Da bin ich gespannt. Dann kann ich vielleicht auch meine nächsten Videos da so ein bisschen nachrichten. Ja, ich wünsche euch viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hallo, da bin ich nochmal. Ich würde mich freuen, wenn du hier mir ein Abo schenkst. Wenn du hier aufs nächste Video klickst. Und wenn du hier meinen Blog besuchst. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.